und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen meine Freunde des gepflegten Klemmbau und Steinbaus und zwar habe ich heute mal wieder ein Kader Set von euch aus der Technikreihe Double E und zwar ist die C51010W der Formula Racer klar das ist jetzt kein Formel 1 Wagen aber das soll es auch nicht sein es gibt ja auch noch andere Formelserien und hier haben wir eben diesen Formula Racer der natürlich farbentechnisch so ein bisschen an Ferrari erinnern könnte aber nichts mit einem Formel 1 Ferrari zu tun hat das ganze Set hat 317 Teile und ist fernsteuerbar also mit Fernbedienung nicht nur mit einer komischen App das ganze wurde in California designt und wenn wir uns den Rest der Packung noch so anschauen ist die relativ unspektakulär nur auf der Rückseite sehen wir nochmal wofür dieses Set alles gut sein soll und dass wir eine Kaderfigur mit haben und einen ganz ganz wertvollen Teile drin und eben nochmal dieses Bild auf der Rennstrecke wie es fährt ich mache jetzt auf jeden Fall den ganzen Karton mal auf und wir schauen uns zusammen die Steine die Anleitung und so weiter und sofort an und ich freue mich schon sehr auf dieses Set und in dem Umkarton befindet sich noch dieser innere Pappkarton und wenn euch mal der Atem wegbleiben sollte ich habe hier noch ein bisschen Luft für euch übrig Scherz beiseite also das ist eine absolute Luftnummer der Karton hätte nie nie niemals so groß sein müssen ansonsten haben wir hier natürlich noch unsere Teiltüten das macht nicht gerade viel aus und es ist auch ein großer Anteil Pins so wie es aussieht es sind eben Technikteile und über die Teilequalität reden wir wie immer wenn es dann soweit ist dann haben wir hier noch die versprochene Fernbedienung schauen wir uns dann beim Funktionstest an und hier dieses Akkupack mit Ladekabel heißt man braucht hier keine Batterien sondern das ganze hat einen Akku was eigentlich schon mal ganz schön ist ansonsten haben wir hier noch ein paar Aufkleber ja es ist ein Spielset ist nicht so tragisch ich werde sie nicht aufkleben aber meines Erachtens braucht man die auch nicht unbedingt zu diesem Set dazu und dann haben wir hier natürlich noch die Anleitung die macht wie man das von Kader gewöhnt ziehen einen hochwertigen Eindruck und insgesamt hat die Anleitung 35 Seiten hier nochmal eine Funktionserklärung und dann haben wir hier noch die Teileliste wenn euch das ganze interessiert könnt ihr hier natürlich mal das Video stoppen und euch die Teileliste mit reinziehen und auf der Rückseite haben wir nochmal dieses Steam Support stehen und eben noch ein paar andere Sets aus der Technic Series eben ein bisschen Werbung und dann haben wir hier natürlich noch das Herzstück des Sets und der RC Funktion das ganze Unterteil hier ist auch schon der Motor verbaut und man baut von dem Motor der Fernsteuerung und ähnlichen Sachen und der Lenkung nichts man baut nur auf diese fertige Basis die Deko noch drauf ist ähnlich wie bei den anderen Kader RC Sets in dieser Größe die Basis gefällt mir aber sehr sehr gut und auch besser als von den anderen Kader RC Sets weil man hat ein bisschen Bodenfreiheit man hat hier hinten eine Federung man hat wirklich große gummierte Reifen mit viel Grip auch wenn natürlich das Profil auf den Reifen nicht so wirklich zu einem Formelauto passt und lustigerweise auch auf den Produktbildern wegretuschiert worden ist siehe dieses Bild aber in echt braucht man eben das Profil um guten Grip zu haben von daher sei das denen mal verziehen ich finde es nur schade wenn man sowas dann verstecken muss und unten haben wir natürlich das Fach für den Akku dann nochmal die Einstellungen zum Nachjustieren und den An- und Ausschalter fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder und dann gibt es wie immer eine Kaufempfehlung, eine Nicht-Kaufempfehlung den Funktionstest und noch vieles mehr ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review und ihr seht hier schon den fertigen Kader RC Flitzer und nicht nur das ihr werdet auch im Laufe des Videos ein paar Außenaufnahmen bekommen weil natürlich habe ich dieses Set auch wieder auf Herz und Nieren getestet so wie ihr das von mir kennt und das waren wahrlich keine leichten Bedingungen weil momentan wir haben Herbstwetter, wir haben Nässe und mit all dem musste dieses Set hier draußen klarkommen aber wie es sich dort geschlagen hat da reden wir natürlich gleich drüber erstmal würde ich noch gerne was zum Bau sagen und der Bau war wirklich entspannt ich hatte die ganze Zeit Spaß es war nie zu einfach und nie zu schwer Kader hat hier in der Anleitung ein gutes Maß gefunden natürlich ist das aber kein Bau der lang dauert also wir reden da über vielleicht 30 Minuten liegt natürlich auch daran dass ja hier eigentlich die Station wie ich sie euch gezeigt habe schon fertig ist und wir letztendlich nur noch die Verkleidung des Rennwagens bauen es ist ja jetzt nicht wie bei anderen Technik-Sets wo man noch Motoren verknüpfen muss das Ganze verbinden muss und ähnliches das ist hier nicht gegeben die ganze RC-Funktion ist bei diesem Set ja schon fertig auch vom restlichen Bau also von dieser ganzen Verkleidung über die ich schon gesprochen hatte hatte ich wirklich wie gesagt sehr viel Spaß die Teilequalität ist sehr sehr gut im Verbauen meines Erachtens bei diesem Set hier besser gewesen als Lego und auch vom Aussehen sind die Teile richtig gut wir haben natürlich mal ein paar Unterschiede dass Teile hochglänzender sind und andere Teile ein bisschen matter und auch leichte Farbabweichungen die haben wir vor allen Dingen bei den normalen Steinen zu den Technikelementen das ist aber nicht so schlimm dass es hier wirklich den Spaß raubt da braucht ihr keine Angst haben ansonsten sind die Teile fast nicht zerkratzt also das ist die Riesenausnahme dass man hier mal ein kleines Kratzzeugchen findet und dementsprechend ist die Teilequalität hier wirklich top die Konstruktion und die Anleitung ebenfalls also steht dem Set ja nicht mehr viel im Wege wenn wir uns das ganze Set dann mal anschauen dann wird das seinem Namen Formula Racer auf jeden Fall gerecht es ist jetzt keiner wirklichen Klasse zugeordnet deshalb brauchen wir jetzt hier nicht anfangen es mit einem Formel 1, Formel 2 oder ähnlichen Fahrzeugen zu vergleichen aber er gefällt mir wirklich gut für ein Formelfahrzeug ist es zwar eher untypisch dass es eine große Bodenfreiheit hat sehr stark gefedert ist und wir eben auch keine Slicks sondern Profilreifen haben aber das würde ich bei einem Lizenzset auf jeden Fall bemängeln beim Set ohne Lizenz schon mal nicht und vor allen Dingen würde ich es hier nicht bemängeln weil es hier der Funktion dient denn die Bodenfreiheit und auch die Reifen die Grip bieten haben natürlich einen großen Vorteil in solchen RC-Sets und das hat sich auch draußen gezeigt und jetzt kommen wir zu den Außenaufnahmen auf jeden Fall seht ihr jetzt erstmal wie das Fahrzeug so ein bisschen ganz normal rumfährt es ist jetzt nicht super schnell es ist aber auch nicht zu langsam man kann damit auf jeden Fall seinen Spaß haben auch habe ich damit einen Reichweitentest gemacht den ich euch jetzt mal einblende und ihr seht das fährt und fährt und fährt und fährt und das können wir noch sehr sehr lang ziehen irgendwann ist es dann so weit hinten dass wir mal ein bisschen reinzoomen um es überhaupt noch ordentlich zu erkennen und es sind ungefähr 20 Meter die ich es jetzt ausgereizt habe und am Ende von diesen 20 Metern hat es sich immer noch perfekt lenken und steuern lassen dementsprechend ist das hier für jedes Spiel auf jeden Fall genug ich gehe davon aus dass ein Kind nicht in noch mehr weiten Rekorde schaffen will das liegt aber daran dass wir eben hier ein funkgesteuertes Set haben und nicht wie bei vielen Lego-Sets wo wir noch über Infrarot gesteuert haben also das Ganze hat hier unglaublich gut funktioniert eine Akkuladung von dem ganzen Gefährt hält ungefähr 15 Minuten je nachdem wie exzessiv man damit spielt 15 Minuten bedeutet wirklich durchfahren und die ganze Zeit Action und dann habe ich ja gesagt wir haben noch einen kleinen Extremtest dabei den ich euch natürlich auch einblende die Steigung kommt jetzt auf dem Video nicht so extrem rüber wie sie in echt ist tut mir leid kann ich leider nicht anders realisieren glaubt mir einfach das ist schon eine gewisse Steigung und vor allen Dingen ist am Start nasses Laub was auf jeden Fall ganz ganz schwierig ist für so ein Fahrzeug und danach muss er sich immer noch durch die kleinen Steinchen bergaufwühlen und das wäre bei anderen Fahrzeugen schon ein Problem mit der Bodenfreiheit und deshalb kritisiere ich hier wie gesagt auch nicht die etwas hohe Bodenfreiheit weil hier hat er einfach die Funktion Vorrang und das hat Kada super hinbekommen vorhin haben wir ja noch über das Aussehen geredet und ihr seht hier ist eine normale 2x4er Blade drin was hat das für einen Grund dass wir auch eine normale Minifigur dabei haben die wir reinsetzen könnten und diese normale Minifigur ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Aussehen das geht einem ja aber mit den meisten alternativen Minifiguren am Anfang so das Besondere an der ist wir haben zwei einzelne Beine die wir zusammenstecken und wir stecken quasi das Haltsteil erst mit dem Kopf zusammen und dann können wir das mit dem Körper montieren das bei anderen solchen Figuren ja auch nicht so die Minifigur ist auf jeden Fall vorn bedruckt finde ich cool dass das hier einfach mal für ein bisschen Eigenwerbung genutzt wurde ich gönne es Kader auf jeden Fall und auf dem Rücken leider überhaupt nicht auch was mir besonders gut an der Figur gefällt viele Leute behaupten ja Helme bedrucken ist so schwierig und das bekommt man ja nicht hin Kader zeigt es geht hier ein schöner kleiner Kaderschriftzug oben die karierten Flaggen und das passt sehr sehr gut zum restlichen Rennanzug der Figur und solche Helme personalisiert vielleicht auch noch mit Markenemblemen würde ich mir bei so vielen Lizenzprodukten wünschen und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen wir haben eine coole wenn auch gewöhnungsbedürftige Figur haben eine Funktion die hier super funktioniert es sieht auch noch gut aus der Bau macht Spaß und die Teilequalität ist sehr gut was soll ich euch hier anderes geben als eine Kaufempfehlung ich meine dieses Set kostet um die 30-35 Euro wenn man sich ein bisschen anstrengt bekommt man ihn für 25 im besten Falle sogar für 20 und gerade für dieses Geld kann man hier überhaupt nichts mehr falsch machen auch wenn natürlich die reine Teileanzahl nicht beeindruckend hoch ist muss man sich bei dem Set hier einfach mal klar machen dass man für Lego für dieses Geld nichts wirklich Motorisiertes bekommen würde und hier hat man ein Fahrzeug wo die Funktionen super sind eine hochwertige Fernbedienung mit dazu das Ganze auch funkgesteuert und eben nicht Infrarot wir haben kein Batteriebetriebnis Fahrzeug sondern eines was man über einen Akku auflädt auch wenn man hier den Akku einzeln rausnehmen muss zum Laden cooler wäre es natürlich man hat einen direkten Anschluss aber das ist immer noch viel besser als Batteriebetrieben und on top noch die tollen Steine da kann man nicht viel falsch machen natürlich könnt ihr euch da anstrengen und schauen dass ihr es auch für 25-20 Euro bekommt und nicht für die 30-35 Euro die es eigentlich kosten sollte aber wenn wir ehrlich sind auch die 30 Euro ist es auf jeden Fall wert wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt dann schreibt gerne eure Erfahrungen und eure Meinung dazu in die Kommentare damit würdet wie immer der gesamten Community und mir sehr weiterhelfen und wenn euch das Video gefallen hat lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da um in Zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag haut rein euer Valley Prick